Der Markt ist blutrot, wie ihr seht. Was ist denn hier passiert? Auf dieses Thema gehen wir auf jeden Fall heute in diesem Video ein. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic-Job an, der genau schon heute stattfinden wird. Und wir sprechen auf jeden Fall nochmal über die Decon. Was erwartet uns alles und was können wir auf jeden Fall auf der Decon alles sehen? Das und sehr viel mehr jetzt alles in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG und auch Omi OG und heute mit den wichtigsten Vivi und auch Ecomi News, die du auf jeden Fall wissen musst. Und ich würde sagen, wir schnacken heute gar nicht lange rum, denn wir haben auf jeden Fall eine Menge zu besprechen und ich würde sagen, let's go ab ins Video. Ja, ihr seht schon, der Markt ist tiefrot und das hat wahrscheinlich unter anderem mit dem Bankrun auf FTX zu tun, beziehungsweise wahrscheinlich mit FTX im Allgemeinen zu tun. Ich werde jetzt nicht super detailliert hier wirklich auf diese Thematik eingehen, denn ich muss ehrlich sagen, ich habe mich da zwar ein bisschen informiert, aber das ist mehr Halbwissen. Deswegen möchte ich mich, was das Ganze angeht, eher noch ein bisschen zurückhalten. Dazu wissen wir einfach, zum momentanen Zeitpunkt finde ich jedenfalls zu wenig, um wirklich konkrete Aussagen treffen zu können. Aber wenn jemand vielleicht mehr weiß von euch, schreibt das unbedingt unten in die Kommentare. Ansonsten, ja, ihr seht es, der Markt ist wie gesagt blutrot. FTT, der eigene Token von Alameda Research, ist bei momentan 88% im Minus. Wir haben natürlich auch Solare mit 55% und zum Beispiel Eve Wrapped auch mit 35% im Minus. Ja, dann gibt es natürlich so einen oder anderen hier mal mit OKB, zum Beispiel mit 18% plus, aber im Großen und Ganzen ist wirklich auch alles im Minus. Und das hat natürlich auch den Bitcoin mit runtergenommen. Der Bitcoin ist momentan bei 16.721 US-Dollar. Das ist wirklich ein neues Allzeittief in diesem Zyklus gerade und das ist natürlich schon für viele Leute, die jetzt nachkaufen wollen, sehr interessant. Aber es hat natürlich nicht nur den Bitcoin mit runtergezogen, sondern den Coin, den wir natürlich hier auf diesem Kanal behandeln und zwar nämlich den OMI-Token. Und der OMI-Token ist natürlich auch, wie ihr schon seht, auch 28% momentan im Minus beziehungsweise fast 29% und wir waren schon sehr viel tiefer. Der Durchschnittspreis ist momentan 0,001. Wir waren aber tatsächlich auch schon bei einem Tief von in etwa, ja, ihr seht schon 0,000764 und das nämlich auf OKEx. Tatsächlich die einzige Plattform, die so tief gegangen ist vom Preis. Wir hatten auch noch andere Plattformen wie Bitforex und so weiter. Da hat sich der Preis tatsächlich relativ stabil gehalten. Da war der Preis dann häufig mal so, hier bei 0,0009. Aber im Großen und Ganzen, wir haben die drei Nullen gesehen und das ist schon etwas sehr, sehr Bemerkenswertes. Viele Leute haben immer gesagt, dass wir niemals diese drei Nullen sehen werden. Jetzt haben wir sie und es wird noch sehr viel interessanter, denn heute sehen wir nämlich die CPI-Daten aus den USA. Und das wird nochmal wahrscheinlich entweder, je nachdem wie die Daten halt ausfallen, nochmal einen weiteren Crash verursachen oder wir sehen hier einen kurzen Run nach oben. Die aktuelle Prognose ist bei 8% Inflation. Die vorherigen, beziehungsweise vom vorherigen Monat war bei 8,2. Also es wird davon ausgegangen, dass hier eine rückläufige Inflation stattfindet. Ob das Ganze jetzt dann wirklich so kommt, das wissen wir nicht. Wenn jetzt plötzlich die Inflation höher ist als 8,0 bzw. über 8,2, das heißt wir gehen wieder von der Inflation nach oben, dann ist das ein sehr, sehr negatives Zeichen für den Markt und wir werden wahrscheinlich nochmal ordentlich nach unten korrigieren. Ansonsten, wenn natürlich hier das Ziel erfüllt wird und wir besser als 8% sind oder zum Beispiel bei 8% sind, das heißt ein Zeichen dafür da ist, dass die Inflation sinkt, dann ist das ein positives Zeichen für den Markt. Und wir könnten eventuell eine kurze Ready wieder nach oben sehen. Wie nachhaltig das natürlich dann in diesem Bärenmarkt ist, das wissen wir natürlich nicht. Aber nichtsdestotrotz, es geht auf jeden Fall heiß her und auch der Fear and Greed Index ist tatsächlich interessanterweise gar nicht mal so Fear and Greedy. Und wenn man sich das mal anschaut, wir haben jetzt momentan 22, es gab aber auch schon Momente, wo das Ganze deutlich, deutlich tiefer war. Wo wir zum Teil wirklich bei 10 waren oder auch teilweise bei 7, also da sind wir tatsächlich zum momentanen Zeitpunkt noch relativ gut dabei. Aber man sieht schon, 22 heißt extreme Angst. Also es ist auf jeden Fall schon extrem viel Angst einfach im Markt, aber natürlich auch nach so einem Crash ist das auch absolut gerechtfertigt. Ob wir dann jetzt irgendwann den Boden sehen oder nicht, das kann ich euch natürlich auch nicht sagen, Aber ich gehe davon aus, dass wir hier wirklich Schritt für Schritt näher kommen und dass es nur noch wenige Meter entfernt sind, wirklich von dem Bottom. Wie gesagt, heute entscheiden auf jeden Fall erstmal die CPI-Daten. Und wenn dir das Video übrigens bis zu genau gerade dieser Stelle hier gefallen hat, dann lasst dem ganzen Video auch sehr gerne ein Like da. Denn das unterstützt meine Arbeit extrem und teilt das Video so über den YouTube-Algorithmus an noch mehr Menschen. Jetzt geht es aber auf jeden Fall weiter mit dem zweiten Teil des Videos. Und ansonsten kommen wir mal zu einem anderen Thema und zwar nämlich zu Black Panther. Und hier sehen wir nämlich den nächsten Marvel-Comic und hier sehen wir die Black Panther Hashtag 2 aus dem Jahre 2005. Das Ganze wird heute am 10. November um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Das Ganze ist wieder eine Super Limited Edition und das ist meiner Meinung nach schon ziemlich auffällig. Wir haben momentan super viele Super Limited Editions und das auch am Stück. Also ich weiß nicht, was Vivi hier momentan vorhat, aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Strategie. Wir sehen natürlich wieder exklusive Rare und auch Ultra Rare Cover. Für mich persönlich ist das jetzt auch von den Covern her nichts, was man mitnehmen kann. Also für mich ist das jedenfalls keine Option. Wenn das für dich eine Option ist, dann kannst du das natürlich machen. Wir haben natürlich hier eine Editionzahl, weil es eine Super Limited Edition ist, 10.000 Stück. Ja und wenn wir uns das Ganze nur auf Go Collect selber anschauen, dann ist das nicht wirklich interessant vom Preis. Wir haben hier aber die First Appearance of Shuri. Und wer jetzt nicht weiß, was ist denn jetzt die Shuri überhaupt? Shuri ist die Prinzessin von Wakanda und sozusagen die Tochter von Chakar. Und dementsprechend hier auf jeden Fall ein angesehenes Mitglied bei den Black Panthers. Und hier liegt der Preis bei einer 9.6, gerade mal bei 230 Euro. Also ihr seht selber, wir sprechen hier wirklich von keinem Great Comic. Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall wer das Kappa mag, kann das natürlich mitnehmen. Ja und ansonsten kommen wir nochmal darauf zu sprechen, die DesignerCon. Die DesignerCon ist nämlich genau schon in einer Woche, beziehungsweise in einer Woche fliege ich nämlich in die USA und werde dann am 18. dort live sein. Und ich werde euch natürlich da draußen mitnehmen. Ich werde auch relativ viele Streams wahrscheinlich aus LA selbst machen. Das heißt, wenn du mir noch nicht folgst, dann mach das auf jeden Fall, wenn du da echt ein bisschen was sehen möchtest von LA, wenn du da vielleicht noch nicht warst. Und wenn du auch auf der D-Con, auf dem Laufenden bleiben möchtest und wirklich relativ viele kleine Dinge sehen möchtest, dann folg mir auf jeden Fall auf Instagram. Denn dort werde ich ziemlich, ziemlich viel posten, vielleicht auch den ein oder anderen Livestream direkt machen. Deswegen schau da auf jeden Fall sehr gerne vorbei, lass mir ein Follow da und dann bleibst du auf jeden Fall auf dem Laufenden, was das Ganze angeht. Und ansonsten war es das an dieser Stelle mit den wichtigsten Vibi und Omi News, die du auf jeden Fall wissen musst. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.